Und gütiger! Als der Sturm abeppte, wusste ich, dass du triumphiert hattest. Was hast du vorgefunden? Und du hast es unterbrochen? Das ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Du kannst, wer schon länger hier ist... Ich mache dich nicht gern zum Überbringer schlechter Nachrichten, aber ich sollte hier bleiben. Gib den Bericht einfach der Wache am Tor. Komm näher. Du sollst die ganze Wahrheit erfahren. Die Insel hielt seit jeher das Versprechen des Paradieses. Fernab aller Menschen, die als unwürdig für diesen Segen betrachtet wurden. Doch ich suchte nicht nach dem Paradies. Ich suchte nach Antworten. Nach Erlösung von einem Leben voller Leiden. Und ich fand eine Wahrheit, die alles auf den Kopf stellte. Ich erhielt eine Kostprobe der verbotenen Frucht. Ich sah die Vision des wahren Potenzials der Menschheit. Ich musste diese uralte Ungerechtigkeit korrigieren. Und die Macht wieder erlang, die uns gehörte. Dieses Ansinnen lässt das Herz der Berge unnachgiebig schlagen. Nach einem Jahrhundert der Vorbereitung beginnt endlich unsere Kampagne. Die Insel ist der Macht unserer Armeen bereits zum Opfer gefallen. Das Einzige, was ich nicht vorhersah, bist du. Du hast es gewagt, mein Geschenk zu stehlen. Dafür wird deine Seele den Preis bezahlen. Ich werde nicht ruhen, bis ich unser Schicksal zurückerlangt habe. Und bis ich der alten und neuen Welt wahre Freiheit bringe. Ich werde nicht ruhen, bis ich das.